Hätte gerne eine Bombe Ohne dass hier alles Explodiert Wie es jetzt eben der Fall war Und Kapuf Hei das? Nö Genau hinten rein Wunderbar Nein Boah Brenn ich hier Komm schon Nein Nein Boah ich wollte ein Herz Probier es doch mal Da oben Ja klar Sonst noch was Kann ich ja gleich vergessen Gleich wieder auf Zelda einstellen Die ist da drin Ja die ist da drin Weiß nicht Soll ich jetzt zuerst mal Hier rauf gehen Könnte ich eigentlich machen Machen Wenn mein Herz absahen Ähm Boah Will ich den Will ich den Ja Will ich den Aber ich wollte ihn dringend Und wir haben ihn bekommen Yeah Was zum Teufel Hässliche Käfer Nein Wann mal Wann mal Wann mal Wann mal Wann mal Nein Aber Und wieder voll Und schön gemütlich gesessen Sind wir auch So Zuerst die Bombe Schnappen Und Verwenden Hat sogar Perfekt Getroffen Cool Ah Noch einer von der Sorte Haha Unten reingerollt Okay Bei den einen muss man draufwerfen Bei den anderen reinrollen Sollte zu merken sein Ah Sogar ein Herzteil Ich glaube ich haben Fehlt nur noch ein Fighter Ich glaube ich habe in dem Zelda Teil noch nie so viel Herzzölle gesammelt Wie hier Das sind ein Ocarina of Time Waren die eigentlich immer Ein bisschen Tricky Tricky Versteckt Wow Kann so Englisch reden Waren die immer ein bisschen Blöder versteckt Waren nicht so einfach Zu kriegen Wie hier So jetzt nicht Übermäßig Schwieriger Aber Ein bisschen Schwieriger Ah Ah Sie ist nicht hier Sie ist nicht hier Oh Du bist ja gar kein Roter Kerl Musst du dich so Anschleichen Entschuldigung Aber im letzten Der Treibens Reden immer in unserem Revier Ganz schön viele Monster herum Ich bin durch das Loch da hinten Hierher gekommen Aber der Weg Dein ist jetzt Durch die Lava Versperrt Aber sowas ist Kein Problem Für uns Wir kramen uns Einfach drunter durch Clever Was Durch das Loch Da kann man die Lava Auch abfließen lassen Aber das ist mir zu gefährlich Okay Lava abfließen lassen Durch das Loch Gute Idee Wie machen wir die Ausführung Da brauche ich eine Bombe Und die habe ich nicht Ich zweifle dass ich mit einer Bombe Von da drüben Bis da herkomme Obwohl es mal probieren könnte Zumindest Darüber Schön Toll geregelt Also wie schnell ist man Mit einer Bombe Ich glaube ein normales Rennen reicht da nicht Oder Nein Da geht man unter Das hätte jetzt blöd ausgehen können Da ist Lavasee Okay Ich glaube da brauche ich vorher Äh Schon die Bombentasche Das heißt Oh Boah Ich muss mir jetzt erstmal Irgendwo eine Bombentasche Besorgen Das heißt Ich gehe wieder zurück Ja Ich weiß Ich bin Austauschfach Ich hab's kapiert Ach auf der anderen Seite Sind wir jetzt So Wo kann man denn noch her Darunter Ah Alalalalalalalalalalalalalalalalalala Alacadabra Und daneben Wie schlecht Und schon wieder zwei Sachen mehr Die im Himmel zu finden sind So komme ich da ja Auch irgendwie Noch wohin Ohne 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 Ist das Aber Kadabra Da Okay Okay Da brauche ich eine Bombe Rückwärtsgang Seht lustig aus Und Das war nicht weit genug So Gerade vorstellen Und Hä Was war denn das jetzt War doch gut Gut Da muss ich recht haben Ja Hm Das war's wahrscheinlich Nur ein Mini Secret Oder für irgendeinen Sinnlosen Rubin Das ist ein Roten Rubin Das wenn sie Rubin Er hat Was für ein Glück Das ist ein Glück Zwei Herzen Wenn man zwei braucht Aber wie komme ich jetzt Da weiter Kann man eigentlich mit dem Käfer Bomben tragen Nein Aber man kann sie auslösen Mal ein bisschen durch die Gegend fliegen Hier Das ist nichts besonderes Da komme ich hier gerade Und darüber muss ich Hm Aber wie komme ich da hin Ja okay Das war jetzt nicht gerade hilfreich Wie komme ich da hin Was ist das für ein Weg Komplett sinnlos Gegen die Wand Laufen sie Gegen die Wand Okay Klingt mir genau gar nichts Oder komme ich nicht Von da hinten komme ich Ach ja da war der Stein dort Gerade warm Da ist ein Baum oben Wieso auch immer Muss ich doch irgendwo hier lang Wird wohl richtig gewesen sein War ich wahrscheinlich einfach nur zu blöd Zum finden Wie immer Wie einfach immer eben So aber da drüben Ist das soweit Nichts Nichts Wenn ich da reinfliege Ist der Käfer einfach tot Ja Da muss er eine Bombe Drauf werfen Und wenn ich das probiere Mit einer Bombe Es war klar Dass ich das nicht überlebe Und wenn ich die rüberrolle Ein wunderschöner Bowlingwurf Ha 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 Wie brillant Wie brillant ich einfach manchmal bin Sehr schön Sehr schöne Sache Und schon ist hier wieder eiskalt Toll Ja boah Da war noch Lava Das hätte auch blöd ausgehen können That sounds stupid Ah da komme ich wieder Hier Direkt zurück Ich will noch schauen Ob da unten was ist Ja Lava Verdammt So Komm Boah Komm schon Eins von den Herzen Komm 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 Danke Brav Und Loslassen Paraschalk Kennst du Ja Jetzt ist das Ding gebraucht Das ist ein Riss Sieht aus Das bräuchte Eine Misch In einem Schal Vor allem Eine Bombe Erstmal speichern Ganz rück Kann schon mal Nicht mehr zurück In den Himmel So rückgier logisch Wenn er gerade Komplett unter der Erde bin Würde auch schwer gehen Hier mit einem Ah Aber da geht es wieder An die Oberfläche Wo komme ich da raus Ja toll Jetzt komme ich hier raus Und wieder zurück Hat sich auch gelohnt Ja Ah da waren Da war eine Kiste unten Und klatsch Hier ist eine fette Kiste Hier muss was Gutes drin sein In dem Busch Auch Komm schon Eldin Herz erhalten Ein äußerst hartes Und robustes Erz Das glitzert Lass uns gut Weiter vorarbeiten Sehr gut Das bringe ich bald Mein Schmied So Pauschal Pauschal Ah das muss man halten Mensch Warte jetzt will ich aber Schauen was da oben ist Kann man ja eben mal erkunden Ah verdammt Zu dem hätte ich rauf können Zu dem will ich jetzt irgendwie noch rauf Nein Böse Tut mir leid Das muss jetzt sein Geht ganz schnell Hier wieder rauf Drüben wieder runter Ganz schnell Aber den Stein hole ich mir Weil Die sind Praktisch Ach da sieht man das von oben Okay Jetzt verstehe ich Da kann ich so Meine Güte So Aufladen Aufladen Perfekt Fliege davon Ja toll Mach nen Schwertieb runter Ist klar Ja Toll Toll Echt toll Hätte vielleicht Die Herzen holen können Bevor ich speichere Egal Weil die hole ich mir jetzt Mal eben so Wir haben ja die Möglichkeit Nachher die Freunde da drüben So Die zwei Perfekt Und weiter geht's Wo Zeigt die Aura zu Grün Da geradeaus Okay 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 Okay